Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Vault of Warcraft. Ich bin hier bei der Server-Wahl, schnapp mir den 8er Würfel und ich würfel eine 8. 4, 8, dat ist die ewige Wacht. Cool, da treibt sich ja sogar. Oh weia, sag bloß ich muss wieder ein 5er hochspielen. Na gut, ich nehm den 6er Würfel und ich würfel eine 3. Okay, ich sag mal, dann wirst du gleich. So, da bin ich wieder. Das ging eigentlich ziemlich schnell gerade. Naja, okay, ich hab fast eine Stunde gerade gequestet. Das hat ein bisschen länger gedauert. Aber ich bin gerade 10 geworden und kam sofort hier rein. Das finde ich nice. Hab so gut noch die Energiepunkte. Nee, das ist Energiepunkte. Wie heißen die? G-Punkte, genau, sowas. Geh da gar nicht weniger runter. Blau. Oder das ist wahrscheinlich immer hier so. Na egal. Wie sieht der denn aus? Ich war gerade dran überlegen, welche Skillung ich hier nehmen soll. Bei dem Münch. Ich hab mich für einen Beitlaufer entschieden bei der Scham macht. Baumeister wäre es vor Augen schlecht oder Heiler. Und möchte ein bisschen Scham machen. Lass mich hier raus. Ich bin gefangen. Da ist noch ein Münch. Was ist der von der Skillung? Könnte man das nicht auch irgendwie sehen? In Betrachtung. Oh, Windläufer. Genau wie ich. Komm, wie schon mal da draufgehend. Ich bin ein bisschen komisch. Ich habe mir gerade eine Salbe auf der Wange geschmiert. Die ein bisschen betäubt. Weil ich habe ein kleines bisschen entzündetes Haarfleisch. Oh, ne. Ich habe einen Lack. Aber doch nicht im PvP. Das kann doch nicht sein. Du bist eine Stimme schon tot. Warum habe ich in letzter Zeit immer so viel Lacks. Das merkt mich voll. Oh, ich bin ein bisschen. Oh, ich bin ein bisschen. Ah, schon wieder nix. Was ist denn das hier für ein Kacke? Ich bin betäubt ganz, 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 ganz lange. Oh, ich bin so gut, ich bin so gut, ich bin so gut. Da bin ich ein klein mal gespannt, was passiert. Ach, dann erinnere ich es so lange an meinen Namen. Ich will nicht mehr Winterhauch-Engo sein. Wischen wir einfach mal auf einen anderen Titel. Als Mönch passt der Meister der Lehren sehr gut. Kommando-Holzfäller. Ordenbrecher. Heißgeliebte. Heißgeliebt, nicht geliebte. Heißgeliebt. Wer geduldige, wer erwacher, wer wecker. Mensch, was lese ich denn hier? Schon spät. 23.30. Der Entdecker. Der Ehrfurchtsgebiete. Ach, der Agentum-Champion. Ich lebe noch. Wow. Ich lege in C3. Guck mal, die tanzen alle. Sieht das nicht cool aus. Ich glaube, einfach dran vorbei. Ich habe gar keinen Sound mehr. Das heißt nun mal, dass BioWil mich gekickt hat. Och nee, oder? Ich würde das BioWil mich gekickt haben. Ich bin noch gerade an der Flagge. So, schneide ich mal raus. Bis gleich. So, und da bin ich wieder. Gleiche Runde. Gleiche. Wie auch immer. Ich hoffe, es leckt jetzt nicht mehr rum. Oh, mein erster einhafter Sieg. Ach, ich kann ja gar nicht hier. Aufsatten. So. Dann werden wir jetzt mal ein bisschen kämpfen. Wenn ich schon die Flagge nicht durchbringen darf. Also. Hey. Dann haben wir jetzt mal ein bisschen die Flagge. ach ja das kann ja nicht sein ich freue mich schon voll aufs Add-on wenn ich die neue Klasse spielen kann den Dämonenjäger ich weiß dass er eigentlich noch gar nichts über Dämonenjäger ich werde mich da mal und Tau bisschen schlau machen das Wochenende ich hab ja ein bisschen Zeit habe ja das Wochenende nix vor und Eikarama dann nochmal schnell die Meereschildkröte hier zack 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 wo ist es wo ist es wo ist es wo ist es da ist Meereschildkröte aufs da und los geht's und los geht's dass das ist Oh, das ist ein bisschen hier kann man nicht wahr sein kann noch nicht wahr womit habe ich das verdient ab ab wieso go go wird schon wieder da ist die Horde die ist offenwillig ich denke mal nicht lange aber weil ich mich ganz schön freuen auf die Erweiterung das war wir wollen und wird mir mal in der morgen hier durchlesen halt am Wochenende morgen will ich nochmal ganz normal spielen wenn ich normal spielen werde ich in der Zeit aber nicht langes Glück war das mein Kind war das mein Kind ich bin noch gut genug zu machen ich habe ein Glück das war der bestimmt heute noch vorletzt der andere Münch ist letzter das heißt uns das der Münch ist wahrscheinlich nicht so gut das kann ich nicht obwohl so viel Tasten gibt es ja noch nicht also Punkte aufladen damit dass der Gegner durch Rüste verliert war noch zwei Minuten dann haben wir gewinnt die Träger Gesundheit um das war ich dachte das wäre bei den Nachtelfen ist das gleiche Zeichen um sich unsichtbar zu machen da dachte ich jetzt auch dran wenn ich doch unsichtbar machen kann verstecken kann bis wir bis hin neben haben aber nein ich könnte aber mal was anderes machen ich könnte mir mal meine Heiltränke hier rein stecken gut da ist er einschlag wie geht das einschlag hat mich kaputt gemacht die die sag ich mal dazu heftig bin gesprungen kommt dann schlägt mich einmal das kommt dort was soll man dürfen wenn wir die Flagge nicht haben Mensch 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 das das ist das ist ein Gewonnen! Gewonnen! Das war der zweite schlechte Punkt. Ein Kühl. Neunmal gestorben. Wernhafte Siege 10. Elf Punkte gekriegt. Na egal. Das ist mein Rodino auf der Meereschildkröte. Schöner da. Und ich sehe gerade beim Panzer, dass er hier solche Einbruchdunnel hat. Das habe ich noch nie gesehen vorher. Ist das schon immer so gewesen? Ich weiß es nicht. Na egal. Auf jeden Fall, ich hoffe euch hat die Runde gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao!